Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 2 von dem Star-Stable-Buch Soul Riders, Jorvik sucht. Und wir starten direkt in das zweite Kapitel. Guck dir mal den Himmel an, Dad. Zum ersten Mal, seit sie ihre Reise angetreten hatten, klang Lisa glücklich, beinahe aufgeregt. Doch ihr Vater gehnte nur und murmelte etwas Unverständliches. Hinter dem Lenkrad hervor. Lisa schüttelte den Kopf und richtete den Blick wieder nach draußen. Was war nun mit dem Himmel los? Sowas Cooles hatte sie wirklich noch nie gesehen. Sie zählte mehr Farbtöne und Schattierungen als in dem Tuschkasten, den ihre Mutter ihr vor Jahren mal zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie reichten von Rot über Violett und Pink bis hin zu einem schimmernden, glitzernden Goldton. Als hätte sich ein riesiger Regenbogen über dem Himmel und das Meer gespannt. Obwohl die Morgendämmerung schon eingesetzt hatte, leuchteten die Sterne noch am Himmel. Vor dem dunklen Blau funkelten sie so hell und klar, dass sie beinahe künstlich wirkten. Lisa kam es vor, als blinkten sie im Rhythmus ihres Herzens. Noch immer kam kein Laut vom Fahrersitz. Lisa holte tief Luft und versuchte es erneut. Diesmal ein bisschen lauter. Der Himmel, Dad. Sind das Nordlichter oder so? Guck doch mal. Die Sterne. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie so hell leuchten können. Äh, du? Hast du gesehen, dass sie einen riesigen Stern bilden? Dad, komm schon. Guck doch mal. Hm, mummelte ihr Vater. Er hatte kurz angehalten und war vollkommen in die Karte versunken, die sich in die kleine Stadt Jallerheim führen sollte. Ihr neues Zuhause lag ein Stück außerhalb des Ostzentrums. Endlich passierten sie die Tore von Jallerheims mächtiger, mittelalterlichen Stadtmauer und hielten mitten auf einem Platz. Er war vollkommen ausgestorben. Hm, hübsch hier, dachte Lisa. Sie ließ den Blick über die kleinen Pflastersteine schweifen, die von dem Platz abgingen und entdeckte einige kleine Restaurants und auch Cafés. Sie stellte sich vor, wie sie an einem sonnigen Herbsttag in einem von ihnen sitzen würde, vor einer großen Tasse Tee und einem leckeren Dessert. Zusammen mit ihrem Dad oder vielleicht sogar, sie holte Tiefluft und wagte es dann, den Satz zu Ende zu denken. Mit ihren neuen Freunden. Ihr Vater suchte die Straßen nach einem Lokal ab, das um diese Uhrzeit schon Kaffee ausschenkte. Doch vergebens. In seiner Aufregung kam er aus Versehen mit dem Ellenbogen an die Hupe. Ein lautes Tröten zerriss die Stille. Ja, ist denn das denn hier die Möglichkeit, schrie er. Nicht ein Laden geöffnet. Ich brauche Kaffee. Sie fuhren durch ein weiteres imposantes Steintor. Lisa musterte ihren Vater und dachte an das Glas Instant Kaffee, das sie vorsorglich eingepackt hatte. Für den Fall, dass im neuen Haus keine Kaffeemaschine vorhanden war. Sie kannte ihren Vater nur zu gut. Wenn er seine tägliche Dosis Koffein nicht bekam, ging man ihm besser aus dem Weg. Lisa lächelte in sich hinein und blickte wieder zu dem farbenprächtigen Morgenhimmel hinauf. Direkt über einer Bergspitze strahlte das riesige Sternbild, immer noch so leuchtend hell, dass sie beinahe geblendet wurde. Dies war nicht der große Wagen oder eine andere Konstellation, die ihre Eltern ihr gezeigt hatten, als sie noch klein war. Nein, das hier war was völlig anderes. Lisa hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Hoch über ihn zeichneten die Sterne den Umriss eines riesigen, vierzackigen Sterns in den blassen Morgenhimmel. Sie drehte sich wieder zu ihrem Vater um. Er hatte nichts davon bemerkt, dachte sie. Wie kann das sein? Schließlich verblasste das seltsame Sternbild im Schein der aufgehenden Sonne. Im sanften Morgenlicht schimmerte das erste Herbstlaub an den Bäumen wie gesponnenes Gold. Lisas Vater setzte die Fahrt fort. Auf zu ihrem neuen Zuhause. Im Zentrum der verschlafenen Kleinstadt öffnete sich die Tür eines Kalksteinhauses und ein Mädchen erschien, gähnend, auf der Schwelle. Ihre pechschwarzen Haare waren zu einem wirren Knoten zusammengebunden. Müde nahm sie ihre riesige Brille ab und rieb sich die Augen. Dabei fiel ihr Blick auf die blühenden Rosenstöcke in dem kleinen, ordentlichen Vorgarten. Was anderswo zu dieser herbstlichen Jahreszeit ein außergewöhnliches Phänomen gewesen wäre, war in Jorvik ganz normal. Eins der Dinge, die das Mädchen an der Insel liebte, war, dass sie scheinbar anderen Gesetzen folgte. Selbst den Lauf der Natur konnte man nicht voraussagen oder zähmen. Äh, würdest du bitte die Zeitung holen, Linda? rief jemand von drinnen. Schon unterwegs, Tante Amal. Linda schlüpfte in ein paar Glocks und zog sich für den kurzen Weg zum Briefkasten den Mantel ihrer Tante über das Nachthemd. Ihre kleine, schwarze Katze huschte mit aus der Tür und rieb sich laut miauend an ihren Beinen. »Was ist denn los, Misty?« fragte Linda verschlafen und kraute die Katze hinter ihrem unversehrten Ohr. Es war ein kalter Septembermorgen. In den großen grünen Augen der Katze spiegelte sich ein helles Licht wieder, das irgendwo vom Himmel kommen musste. Linda nahm ihre Katze auf den Arm und blickte nach oben. Ungläubig starrte sie in den frühen Morgenhimmel. Direkt neben dem verblassenen Mond funkelten ein seltsames Sternenbild, das den Umriss einer gigantischen Mondsichel hatte. Vor ein paar Jahren hatte Linda eine Phase gehabt, in der sie geradezu besessen von Astronomie gewesen war. Sie hatte versucht, alle Sternenbilder auswendig zu lernen und zu Weihnachten sogar ein Teleskop geschenkt bekommen. Aber diese einzigartige Konstellation hatte sie noch nie zuvor gesehen. »Komisch«, murmelte sie. Sie sah wieder auf Misty in ihrem Arm hinunter und lief dann zum Briefkasten, um die Zeitung zu holen. Vor einem großen Haus in dem Teil von Jorvik, den die Einheimischen das Millionärsviertel nannten, wartete ein pinkes Auto mit laufendem Motor. Ein junges Mädchen im Reiteroutfit stürzte aus der Haustür. Ihre blonden Haare waren zu einem schicken, ordentlichen Knoten hochgesteckt. Sie war groß und schlachsig und lief sogar leicht vornübergebeugt über den hell erleuchteten Hof, als hätte sie sich noch nicht an ihre hoch aufgeschossene Figur gewöhnt. Als das Mädchen an sich hinuntersah, entdeckte sie einen kleinen grünen Fleck auf ihrer Hose. »Wahrscheinlich vom Gras«, »Schwein gehabt«, murmelte sie in sich hinein. Gut, dass Mom den beim Frühstück nicht bemerkt hat. Die Stimme ihrer Mutter halte durch den Flur. »Hab einen schönen Tag im Stall, Anne. Du gewinnst den Wettkampf bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher.« »Wie immer.« »Bis später«, rief Anne zurück und hastete zum Auto, in dem schon der Chauffeur saß, der sie zum Gestüt Jorvik außerhalb von Jala heimbringen würde. Sie öffnete die Tür, doch gerade, als sie einsteigen wollte, erregte etwas ihre Aufmerksamkeit. Sie hielt abrupt inne. Wie geblendet blinzelte sie zum Himmel hinauf und trat überraschend einen Schritt zurück. Ein helles Licht tanzte funkelnd am Horizont. Die letzten Sterne, die noch am Morgenhimmel zu sehen waren, formten eine riesige Sonne. »Komisch«, murmelte sie, »die Sonne ist doch noch gar nicht aufgegangen.« »Los, Tinkan, gib alles, was du hast!« Das Mädchen, das mit seinem Pferd in einen wilden Galopp fiel, hatte einen zerzausten, rotbraunen Haarschopf und ein offenes, lebhaftes Gesicht. Ein paar neugierige Augen im gleichen braunen Ton wie das Fell des Pferdes leuchteten verschmitzt auf, während Pferd und Reiterin zusammen über den Waldweg flogen. Alex genoss die Ausritte mit ihrem besten Freund und Begleiter Tinkan zu einer Tageszeit, in der selbst die meisten Vögel noch schliefen. So früh am Morgen gehörte die Natur ihnen ganz allein. Alles war wie ausgestorben, die Wege, der dunkle Wald mit seinen Geheimnissen und auch die Lichtung, auf der sonst die Kaninchen hoppelten. Selbst auf der Straße, die zurück zum Stall führte, begegneten sie für gewöhnlich keiner Menschenseele. Alex liebte die Geschwindigkeit und war mit ihrem Pferd schwer zu bremsen. Das war Fluch und Segen zugleich, wie sie selbst fand, und denen konnten ihr Reitlehrer nur zustimmen. Dennoch hatte sie und Tinkan ein paar Minuten zuvor reglos dagestanden. Der Himmel leuchtete so ungewöhnlich, dass sie einfach anhalten und das Schauspiel bestaunen musste. Ein helles Sternbild in Form eines Blitzes funkelte am brennenden Himmel. Ein beeindruckender Anblick. Plötzlich erinnerte sie sich an ihren vernachlässigten Instagram-Account. Doch bevor sie das Handy rausholen und ein Foto machen konnte, verblassten die Sterne im Licht der Morgendämmerung. Alex Cloudmill war auf Jorvik aufgewachsen. Für sie war es der schönste Ort der Welt. Und sie wollte niemals irgendwo anders leben. Sie hatte beinahe Mitleid mit den armen Menschen, die dieses wunderschöne Land noch nie gesehen hatten. Auf der sie zu Hause war. Vor allem an einem Morgen wie heute. Sie lehnte sich im Sattel nach vorne und trieb Tinkan auf einen Graben zu. Mühelos setzten sie hinüber und jagten weiter zwischen den Bäumen hindurch. Auf die Straße zu, die sie wieder zum Stall führte, wo sie ausmisten, füttern und putzen musste. Erst in letzter Sekunde sahen sie den Lieferwagen. Lisa und ihr Vater hatten gerade den höchsten Punkt einer Steigung erreicht, als plötzlich eine Reiterin in vollem Galopp aus den Bäumen geprescht kam. Der Vater stieg hart in die Bremsen und der Wagen kam quietschend zum Stehen. Das Pferd, ein kleiner, kräftiger Brauner mit langer, wilden Mähne, bäumte sich so auf, dass er beinahe mit den Vorderrufen auf die Motorhaube gelandet wäre. Lisa hielt verschreckt den Atem an. Bei der heftigen Bewegung löste sich die Satteltasche und flog im hohen Bogen auf die Straße. Lisa und ihr Vater stürzten aus dem Auto. Oh Gott, es tut mir so leid, rief die Reiterin und klopfte ihrem Pferd beruhigend den Hals. Ich hätte nie gedacht, dass hier so früh schon ein Auto unterwegs ist. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr erschreckt. Lisa fand das Mädchen für jemanden, der beinahe überfahren worden war, bemerkenswert gelassen. Keine Sorge, nichts passiert, antwortete Lisas Vater. Aber du solltest wirklich vorsichtiger sein. Pass in Zukunft besser auf, wo du hinreitest. Er klang eher erschrocken als verärgert. Das Mädchen nickte zerknirscht. Vers-versprochen. Manchmal, ja, reite ich echt zu schnell. Ich heiße übrigens Alex. Dabei sah sie Lisa mit ihren braunen Augen an. Alex klaut Müll. Und, ja, dieser Wahnsinnige, fuhr sie fort und tätschelte ihr Pferd, hört auf den Namen Tinkan. Tinkan antwortete, indem er auf seinem Gebiss herumkaute und ein Gesicht machte, als könnte er es kaum erwarten, dass es endlich wieder losging. Lisa Patterson, sagte Lisa und hob die Hand um Tinkan zu streicheln. Als sie spürte, wie seine Muskeln unter ihrer Handfläche zitterten, zuckte sie zusammen und tat einen Schritt zurück. Alex' Augen funkelten. Schön, dich kennen Sie sehr, Lisa, sagte sie. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Lisa war schon drauf und dran zu fragen, auf welche Schule Alex ging. Da schnalzte das Mädchen unvermittelt und ritt davon. Erst in dem Moment bemerkte Lisa die Satteltasche, die neben dem Ben auf der Straße lag. Alex, Alex, warte, du hast deine... Sie hob die Tasche hoch. Die Reiterin war schon außer Hörweite. Satteltasche vergessen, beendete sie leise den Satz und sah dem Pferd nach, dass bereits den Hügel heruntergaloppiert und in der Ferne verschwunden war. Auf der anderen Straßenseite halb, hinter einem großen Berg versteckt, tauchte eine Reiterin in einem langen, grauen Umhang auf. Als sie den Lieferwagen davonfahren sah, trieb sie ihr graues Pferd an und folgte ihm. Doch Lisa und ihr Vater bemerkten sie nicht. Noch nicht. Wie alle auf Jorvik wartete auch sie, bis ihre Zeit gekommen war. Und somit zu Kapitel 2, morgen dann Kapitel 3. Eure Meinung zu dem Kapitel gerne in die Kommentare und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war's.